Jo moin Leute, herzlich willkommen zum Halbfinale dieses wunderschönen Wettbewerbes der UEFA Nations League. Saison 2022-23. Los geht's heute um 20.45 Uhr. Niederlander gegen Kroatien. Das Ganze geht 3 zu 1 aus für Niederlander. Herzlichen Glückwunsch. Und morgen um 20.45 Uhr Spanien gegen Italien 1 zu 3 für Italien. So, das war's vom Halbfinale der UEFA Nations League. Saison 2022-23. Prediction so lassen, leichter lassen oder gut gekickt.